Das ist sich nun Ansprache für großes Vorbild und Staatslenker Zsauschescu, was sich hinterglücklich ermordet wurde von westlichen Geheimdiensten. Hammelbraten in Karpaten. Wenn not, gibst du uns Brot zu Hammelbraten in Karpaten. Wenn ganze Leben total scheiße, gibst du uns was Brot zu beißen. Zu Hammelbraten in Karpaten. Dafür gehen wir in Krieg. Versprochen ist versprochen und wird nichts mehr gebrochen wie Hammelbraten in Karpaten.